Sind wir wieder zurück bei Kates Zimmer, Krankenzimmer, und wir gucken uns ein bisschen um. Und währenddessen, wenn nicht so viel gebrabbelt wird... Das ist so süß. Hat sogar Victoria signiert. Aber nicht Nathan. Ja, der Arsch. Ja, hat nicht mal unterschrieben. Ja, aber... Victoria Chase könnte Queen Bitch sein, aber sie ist nicht evil. Okay. Okay, Kate, ich weiß, du hasst mich, und das solltest du auch. Du hast alles recht dazu, aber alles, was ich sehen will, ist dein Lächeln. Bitte lass mich wissen, wenn du etwas brauchst. Kuss, Victoria. Ja, und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist schon ein Life is Strange 2 in Planung. Äh, jedoch mit anderen Charakteren. Das heißt, ähm, andere Protagonisten, eine andere Story vielleicht. Äh, ja, was heißt vielleicht? Ähm, aber halt mit anderen Leuten. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das machen... Ich liebe Kate's happy Rainbow Flop. Ja. Where is she? Walk, walk, hier. Bored Cat. Eine gelangweilte Katze. Und Senf. Ähm, ja. Das... Das... Das sieht süß aus. Das finde ich cool. Oben links, das ist das Piratenwölfchen. Das finde ich gut. Ja, aber ich, äh, weiß nicht, ob ich Life is Strange 2 Let's Playen werde, weil, ähm... Ich hab die Befürchtung, dass hier, Life is Strange 1 ist ein sehr gutes Spiel. Das hat mich wirklich überrascht. Und es macht wirklich Spaß. Aber, ich habe Angst, dass, ähm, Life is Strange 2, dass die dann das Ganze ein bisschen auslutschen werden. Deshalb werde ich mich... Gut, dass sie sehen, dass Kate ist noch auf ihrem Buchreport. Werde ich mich nicht, äh, direkt am Tag der Erscheinung, ähm, um ein Let's Play kümmern, sondern ich werde erst mal gucken, ob sich das meines Erachtens lohnt, zu Let's Playen. Ob das wirklich qualitativ an den, äh, an den Vorgänger herankommt. Aber, okay, hier geht's ja erst mal um Kate. Danke, Schäuze. Du hast wirklich schraubt Kate. Ja. Da, das Foto hatten wir auch schon in ihrem Zimmer gesehen. Das ist toll, dass sie alles hier mitnehmen durfte. Und die ganzen Ballons? Erinnert mich wieder an Toonstruck. Ballons? Ich denke nicht, Get Well ist ziemlich apropos. Ja. Okay. Aber es gibt keine, es gibt keine, schön, dass du dich nicht umgebracht hast, Ballons. Ich wüsste auch gar nicht, wie die aussehen sollten. Und hier zoomt er auf einmal rein. Was ist denn hier los? Ist das ein trauriger Clown? Ach ne, das ist Jesus. Oh Gott. Oh, Entschuldigung. Das sah von hier irgendwie aus wie ein trauriger Clown. Aber okay, jetzt, jetzt sehe ich es auch genauer. Nur die Umrandung hat es ein bisschen schwieriger gemacht. So, Blumen! Das sind schöne Blumen. Und von Taylor? Wow, Props zu ihr. Genau. Und was haben wir ihr geschenkt? Gar nichts. Wir haben sie nur vom Dach runter gefischt. Aber nicht mal was geschenkt. So. Äh, gucken wir erstmal. Das ist so gut, dass Kate wieder zuvor schreibt. Richtig. Kate, es ist so gut, dass du wieder mit dir zusammenhängen. Max, ich verdiene dir so viel. Und ich kann dir sagen, dass du mit mir etwas zu sprechen möchtest. Das ist richtig. Ähm. Sprechen wir erstmal über Nathan. Warum hat er nicht unterzeichnet? Das ist so nahe, um alle Informationen, die ich über Nathan bekomme. Nathan Prescott muss bezahlen müssen, was er getan hat. Und wir müssen ihn, den anderen anderen zu verhören. Könnte aber auch ein Problem werden. Könnte aber auch ein Problem werden. Könnte ein Problem werden. Ich weiß es nicht. Prescott Family. Da haben wir ja einiges drüber gelesen. Richtig. Das weiß jeder. Das wusste selbst William. Und der existiert hier nicht mal. Ich muss einfach finden, dass Nathan das Nummer nicht mehr ist. Ich muss einfach finden, dass ich das Nummer nicht mehr habe und die Klüsse, die ich brauche. Max, bitte lass mich helfen. Ich kann das Nummer nicht mehr bekommen und ich es dir texieren. Okay? Natürlich, Kate. Ich kann das nicht ohne dich machen. Sehr gut. Aber reden wir doch mal über Victoria. Oh, das ist doch... Das ist doch nett. Das ist doch nicht ein stolzer Moment. Wir haben alle unsere Momenten. Warum ist sie so nett? Na, weil sie sich unsicher fühlt. Aber wir können sie auch einfach als Bitch bezeichnen. Aber wir haben ja einen Bildungsauftrag. Also ist sie unsicher. Wenn du dich mit dir selbst selbst bist, musst du nicht, dass du zufrieden bist. Victoria doesn't look like she has much to be insecure about. If anybody could make Victoria see the light, it would be Kate Marsh. No. I think it will take more than that, Max. Okay. Dann reden wir aber mal über Kate. Oh, da ist ja jemand, äh, interessiert, was? What do you think of Warren? Oh, smart and silly. He's got such a good heart. And he's a cutie pie. Aha. Ah. And I'm going to the drive-in with him, so... And I'm going to the drive-in with him, so... Und ich dachte, sie hat sich in ihn verguckt. Everything that's going on, a date seems weird. No, you deserve that. Kate Marsh, Matchmaker. I'm glad somebody is looking out for my love life. Even angels meet angels, Max. I have to get back to our, uh, mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Oh, nein! Tell Alice I'll see her soon. Oh, oh. Oh, ich wusste, ich hab was vergessen. Oh, nein! Nee, alles gut. Dem Kaninchen geht's gut. Glaube ich. Hoffe ich. Oder? Nee. So, können wir uns hier erstmal desinfizieren, bevor wir gehen. Um nochmal so richtig schön arschlochhaftig... Kann ich hier auch ins Nebenzimmer? Nein. Okay. Auf Wiedersehen, Kate. Das war wunderschön, dich wiederzusehen. Das finde ich gut, dass wir hier die Chance haben, Kate wiederzusehen. Weil bei denen, wo Kate gestorben ist, wie zum Beispiel bei The Gaming Galaxy, da könnt ihr jetzt reingucken und sehen, wie das aussieht, wenn Kate nicht mehr da ist. Dann gibt's die ganze Szene ja nicht. Und vielleicht sogar eine Alternativszene. Bestimmt eine Alternativszene. Am Grab oder so. Also, da bin ich selbst schon auf jeden Fall gespannt, wie das bei The Gaming... Wie das auch bei den anderen aussieht. Aber, ähm... Ich weiß jetzt nur, dass bei Oliver, bei der Gaming Galaxy, das hinterher so war. Dass er es leider nicht geschafft hat, Kate zu retten. Und da ist Daniel! Ach, ich mag Daniel. Er ist ein bisschen komisch, aber okay. Genauso wie Samuel. Hallo, Mr. Jefferson. Oh, ich kenne den Namen noch. Sehr gut. Chloe? Warum ist jemand so cool als du, zu Blackwell? Ich war viel zu cool für die Schule. Es ist eine lange Geschichte. In actualen Files hier. Ich kann es dir vorstellen. Max, sind Sie sicher, dass du okay bist? Es ist weird, dass... ... einfach... ... auf der Campus, wie alles normal ist. Ich weiß, wie es so gut ist, ... Leben muss weitergehen. Ich glaube, dass es zu viel passiert ist in meinem Leben. Auf der Seite, Blackwell-Duty kommt. Remember, ich werde den Wintern von der Everyday Heroes Contest heute an der Party. So, ich hoffe, dass du da bist. ... und ich bin froh, dass du nicht eine Fotos entstanden hast. Ich verstehe deine Reise. Du kannst nicht einen Artikel zu arbeiten. Ich fühle mich wie ein totaler Verlager, ... aber es war eine schwierige Woche, um zu fokussieren. Keine Worte. Ich bin stolz, dass du so viel über ein Problem verholtest. Und ich nehme Hoffnung in das, dass du viel Zeit hast, um deinen Weg zu finden. Juste... ... in der Habit, um deine Arbeit zu finden. Dankeschön, Herr Jefferson. Ich werde definitiv da sein heute Abend. Ich auch. Ich werde Max' Date sein. Du besser mit uns mit uns zu spielen. Und niemand muss mich mit uns zu sehen. Plus, du wirst dich nicht sehen, ... die alten Hipster zu versuchen, mit den Kindern zu spielen. Ich habe ein wenig Glück. Ich werde dich sehen. Ja, ich werde. Hot für Teacher. Gross! Du bist aus dem Kontrollen. Nicht noch. Nur warte, bis heute Nacht der Rager. Hör auf. Sei nicht stolz, weil Mark Jefferson denkt, dass ich cool bin. Ich bin so ignorierend. Alles klar. Seit ich hier bin, werde ich sehen, ob ich ein bisschen Dürr von Justin bekomme. Ich habe ihn in einem Zeitraum nicht gesprochen. Das ist großartig. Mal sehen, ob ich ihn finden kann. Brilla will nicht mit mir reden. Wo ist Alyssa? Kriegt sie wieder irgendwas auf den Kopf? Wir lauschen mal ein bisschen. Wahrscheinlich hoch. Ja. Sie hatte die verrückten Nugs. Wahrscheinlich. Okay. Ich muss fliegen. Komm mal mit uns im Park. Nö. Zu cool. Ja. Das war ein kurzes Gespräch. Dann gucken wir mal Justin an. Ah. Natürlich. Da sprühen die Funken. Chloe fits in so leicht mit Justin. Lass mich wissen, wenn du etwas gefunden hast. Ja, gut. Ich will unbedingt nochmal mit Samuel reden, aber erst kommt hier der Skater-Dude. Hey. Dude. Ja, ignoriere mich. Du hast ein bisschen Gesicht wie LeFloid. Nicht? Okay. Dein Gesicht sieht man nicht mehr. Dann war das wohl eine Beleidigung. Oh. Brooke. So hieß sie, glaube ich. Die Drohnenfrau. Ja, Brooke. Ja, Brooke. Brooke. Das ist mir egal. Wie geht's? Ich bin hier, wie immer. Bei der Weg. Danke, für die Kate zu helfen. Sind Sie okay? Äh. Ja. Reden wir mal über Drohnen. Denn darüber redet sie so gern. Und wir haben keine Ahnung davon. Nein! Nein! Oh. Ich will ja schon ein bisschen die Kupplerin spielen. Zwischen Warren und Brooke. Weil ich finde, die passen echt super zueinander. Aber ich will, ich will auch ein bisschen egoistisch sein. Ich will auch mal, dass Max glücklich wird. Nicht nur, dass sie alle anderen glücklich macht. Sondern, dass sie selbst mal... Warum sagst du das so abfällig, Samuel? Lieber Herr Gesangverein. Es war eine schwierige Woche. Ich weiß es. Ja, es hat es, Samuel. Wie geht's dir? Schade und verwirrt. Wie alle anderen in Arcadia Bay. Du siehst, wie du auch viele Fragen hast. Das war geschmacklos. Wie schon gesagt. Tiere. Er redet gern über Tiere. Ich habe definitiv Fragen über was mit den Tiere in Arcadia Bay passiert. Oh. Viele tun. Diese paren Kreaturen haben keine Wahl in was mit ihm passiert. Ich bin froh, dass deine Schäuze noch gesund und glücklich auf dem Campus sind. Ich auch. Wenn etwas zu ihnen passiert... Oh. Nicht so lange, als du hier bist, um sie zu schützen, Samuel. Die einzige Sache, was sie schützt, ist die Essen. Viele Essen. Das meint mich, dass ich sie jetzt füllen muss. Oh. Na, 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 na. Foto. Na, 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 na. Stimmt, wir müssen ja Fotos machen. Wie würdest du einen Partner für einen kurzen Fotos? Das ist ein... Ein Partner? Dann, äh, locke ich noch einen. Nang, 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 nang. Doppelfoto! Ich will ein Doppelfoto! Ich will ein Doppelfoto! So. Wie sieht's jetzt aus? Wie würdest du einen Partner für einen kurzen Fotos? Da! Da! Sehr gut! Ich kümmere mich ja eigentlich nicht so um Fotos. Aber, ähm, wenn ihr sehen wollt, der, der Anpu, der kümmert sich immer sehr um die Fotos. Das ist auch immer sehr interessant zu beobachten. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen. Ähm... Ah! Neh! Rangefinder! Oder Ranch... Ne, Rangefinder. Ähm... Wo sind die Fotos? Blackwell Academy? Hier? Oh! Ja, was hab ich denn hier drin? Das hat hier aber nix zu suchen. Ja, gut. Ähm, Prolog, Tuesday, Thursday. So. Irgendwo kommt man doch die Fotos finden. Oder nicht? Anscheinend bin ich wieder zu blöd. Ja. Tut mir leid, wenn ihr die Fotos alle sehen wollt. Ich werd mich nicht so um die Fotos kümmern. Ähm, aber bei Anpu, der kümmert sich immer gut darum. Sei ruhig, du eingebildete... ...Type. Du bist doch nur eifersüchtig. Foto! Wo wir grad von Fotos reden. Ich wusste gar nicht, dass hier so viele... Hat sie... Hat sie jetzt hier den Haufen oder das Totem? Den Haufen, okay. Okay. Was ist das denn? Okay. Woher kommen die Fotos? Das ist zu Blair Witch für mich. Ah. Balance. Balance ist die Schlage. So. Ah! So, Chloe. Irgendwas... Ja, gut. Dann reden wir nochmal mit der Lehrerin. Vielleicht finden wir was. Was? Mrs. Grant. Hi, Mrs. Grant. Mrs. Grant. Max, du bist immer auf, wenn ich über dich spreche. Was? Und ich versuche... Es ist nicht über die Petition, die du nicht hast. Ja, ja. Immer dasselbe. Mit den Neuigkeiten. Ähm... Ja, gibt es denn eine wissenschaftliche Erklärung dafür? Okay. Ich fühle mich, dass es gerade vor uns verändert wird. Du und Samuel beide. Wir haben darüber gesprochen, bevor du übergebracht hast. Unser Planet verändert. Aber es ist nicht mystisch. Es ist Erosion. Ähm... Ja, ich will jetzt nicht mit einer Prophezeiung anfangen. Deshalb sprechen wir über die sterbenden Tiere. Den... Jeden kümmern sterbende Tiere? Nö, ich weiß nix. Äh... Tobenga? Time Travel? Ja, jetzt... Jetzt... Äh... Ich weiß gar nicht, was Tobenga ist. Ich bin einfach ungebildet. Und über Zeitreise will ich mit ihr nicht reden. Die denkt, ich bin noch bekloppt. Oh, Max. Niemand weiß sogar, wer die Tobenga hier gebracht hat. Es wurde vermutlich von den Süden-Pasifikern gebrochen. Aber ich weiß, was du sagst. Hier ist viel Energie. Das mag wohl sein. Haben sie etwas über Kate gehört? Da waren wir ja gerade. Ich glaube nicht, die Überlegung hätte helfen, Kate Marsh. Ich kann nicht immer da sein. Ist doch klar. Nein, danke. Nee. Richtig. Merkt euch das. Reden hilft unterfliegenden Drohnen. Ja. Das ist natürlich doof, wenn die... Währenddessen ihre Vortex-Party machen. Äh... Während sowas mit Kate los ist. Hm... Sie ist ja so gesehen noch bei der Arbeit. Deshalb darf sie nicht schlecht über ihren Arbeitgeber reden. Aber... Machen wir doch mal. Ja. 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 Reden wir nochmal über Nathan... 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 Oh, hell no. Hell no. Sorry, Miss Grant. Haha, man ist die cool. Die ist cool drauf. Oh ja. Oh. Ja. Ist da? Ich sollte zurück zu Chloe gehen.